Ist er nicht verrückt? Alles was anders ist, was Iban versteht, tja, das macht den Menschen Angst. Die schlagen und treten sie auch nach mir. Guck dir hierbei, das ist ja richtig mies. Egal, überall ist besser als hier. Ruhig sein, nichts sagen, ich kann das nicht mehr. Er kann mich nicht mehr, der Schmerz ist viel zu groß. Erich ist rotzevoll und du rennst rum wie die letzte Nutte. Kann man euch keinen Moment alleine lassen, ohne dass ihr völlig verlottert? Was? Was hast du gesagt? Nutte? Er hat mich eine Schlaufe genannt. Auf ihn soll ich nur fliegen, es gibt kein Leiben mehr. Wie weiß man, was deine Aufgabe ist? Nein, man kann es nicht wissen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020